Hallo meine Freunde, herzlich wieder willkommen auf meinem Kanal. Wie seht, ich bin länger nicht Auto gefahren, mein Auto ist ja schon wieder voll schmutzig. Ja, was mache ich heute? Wie ihr vielleicht schon im Videotitel gelesen habt, werde ich jetzt einfach vom Feinsten erstmal Guckert fahren gehen. Ich wollte eigentlich mit dem Motorrad fahren, aber das Wetter sieht jetzt nicht so geil aus und da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Dann wünsche ich euch auf alle Fälle viel Spaß mit dem Video, ich fahre jetzt erstmal dahin und bis gleich. So Freunde, ich hoffe jetzt mal, dass ich halt nicht zur ersten Zeit fahre. Okay, geht gut zur Sache auf alle Fälle schon mal. Genau Freunde, so, da bin ich jetzt beim Feinsten Guckert fahren mal. Oh, endlich mal dabei. Ich muss mich hier noch ein bisschen dran gewöhnen. Selbst wenn ich Guckert gefahren bin, vor, glaube ich, drei Jahren oder so. Aber auch Hallen Guckert. Und die fahren ja schon nebeneinander, wie ich sehe. Ja, das Ding ist halt auch, man kann halt bei so es immer schwer überholen. Ich will jetzt halt auch nicht hier assi sein und irgendwie weg haben oder so. Ja, Freunde, jetzt machen wir jetzt was anderes. Also, das war jetzt 30. das Video. Jetzt feiert das Tag jetzt mal kurz eine Rakete. Schon mal probieren zu überholen oder so? Du wohnst und es wachst, 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 wachst. Ja, gut, jetzt von mir, von uns zu mir. Komm, man meint, jetzt soll ich nicht so assi fahren, wegen Mädels und so. Sollte ich nicht so überholen oder also nicht nicht so übertrieben überholen irgendwie. The missile knows where it is at all times. It knows this because it knows where it isn't. Cool, ich bin, Hallöchen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh. Okay. Everything all right? But if you guys might have one best, I think we're doing it. Woo! Ich bin ja nicht der beste Kartfahrer Ich bin ja ziemlich gut würde ich sagen Wenn ich jedes Mal irgendwo dagegen baue zumindest Jetzt kann ich nämlich ein bisschen Abstand aufbauen Jetzt macht es auch Spaß ein bisschen mit Gas geben Seht ihr, dreht euch einmal und dann ist geil Das war Vollgas Junge Alter Die zieht halt, die kommen mir auf den Arsch irgendwie finde ich Linkskurven kennen dich besser als Leichtskurven Das kennt ihr doch, mit dem Motorrad vor allem auch so Immer Linkskurven besser irgendwie Und hat verloren Am Reifen geblieben wie in so einem Rennspiel Fuck Alter Das war ein Drift, Yalla Und Aua Oder? So jetzt Okay Und wir sagen Bye Bye Na dann So Freunde, da bin ich wieder Wie ihr sehen könnt, Kart Nummer 3 Ich hab die beste Rundenzeit von allen gehabt Richtig geil einfach Aber 15 Minuten waren okay, weil meine Arme sind Gummi Ich spüre hier fast nichts mehr Also Ach übrigens Leute Wenn ihr das jetzt guckt Das ist das erste Video, was ich mit 2K aufgenommen habe Das heißt, ihr habt jetzt auch eine bessere Quali Die ihr euch auswählen könnt Das werde ich ab jetzt immer machen Aber es werden jetzt noch ein paar Videos kommen Die ich halt vorher aufgenommen habe Die noch auf 1080p sind Deswegen Ich würde mal sagen So ab Ende September oder so Habt ihr dann 2K Videos Na gut Leute Mir hat Spaß gemacht Ich hoffe euch auch Ich wünsche euch noch einen richtig geilen Abend Oder Tag Und Ja, das war mein 30. Video Nächste Woche kommt dann der Köln-Blog Auch wieder mit zugehörigem Sonntagsvideo Also alles wieder schick Genau Freunde Und ich hoffe euch hat das Video gefallen Lasst mir doch ein Like da Ein Comment Und Genau Schaut nächste Woche wieder vorbei Und ciao Bis zum nächsten Mal